So, hier seht ihr nun die andere Seite des Bodens, der nach unten. Hier seht ihr die drei Leisten, die ich da angebracht habe. Und ihr seht auch, dass ich so kleine Plexiglasblättchen aufgeklebt habe in einem bestimmten Abstand. Und zwar, das hat den einzigen Hintergrund, dass zwischen dem Boden, da sind ja Witzen drin, zwischen den einzelnen Brettern, da rinnt Wasser rein. Und das Wasser rinnt dann auf den Betonboden und rinnt über einen Abfluss ab. Und mit diesen Kunststoffblättchen sorge ich dafür, dass das Holz nie im Wasser steht. Dadurch kann es natürlich nicht anfangen zu faulen. Wenn ihr das nicht macht, dann wird euch das Ganze im Wasser stehen und mit der Zeit anfangen zu faulen. So, und dann seht ihr, ich habe das in so regelmäßigen Abständen aufgeschraubt. Ich habe pro Brett auf jeder Leiste zwei Schrauben verwendet. Beachtet, wenn ihr das anschraubt, dass ihr zwischen den einzelnen Brettern einen Mindestabstand von zwei bis drei Millimetern einhaltet. Wenn ihr das nicht macht und wenn ihr die bündig aneinander aufschraubt, dann habt ihr das Problem, dass sich das Holz ja ausdehnt und dann sprengt es euch das auseinander teilweise oder es werden Schrauben abgeschert. Also das Beste, ihr macht zwei bis drei Millimeter Abstand. Ich habe es so gemacht, ich habe zur Ermittlung des Spaltes immer den Zollstock zwischen reingehalten, also den aufgefächert und ein Teil des Zollstocks flach reingeschoben und dann war der Abstand relativ einfach und immer relativ schnell bestimmt. So könnt ihr euch eine schöne Holzauflage machen und das ist auch relativ einfach. Ich habe dafür eine Stichsäge verwendet und das war es dann auch schon. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr euch selber so einen Holzboden für den Balkon bauen wollt. Bis dann!